Das hier ist meine Gottesanbeterin Lizzie. Sie ist ein ausgewachsenes Weibchen und hat sich vor kurzem gepaart. Leider ist das Männchen bei der Paarung gestorben. Jedenfalls hat sie vor ein paar Tagen einen O-Tag hingerotzt, das heißt sie wird in ein paar Wochen Mutter. Der O-Tag sieht aus wie Bauschaum, wahrscheinlich kann sie damit sogar Sachen reparieren. Dieses Fluginsekt habe ich tot in meiner Urlaubsunterkunft gefunden. Tschö!